Let's go! Neue Runde, neues Glück, Wildfire Case. Wir sind nach wie vor unter den 200, soviel ich weiß. Und da sollte uns... What the heck ist das? Das sollte uns natürlich auch behilflich sein, das goldene Symbol zu bekommen. Neuerung bimmelt da schon das Bowie-Knife rein, deswegen... Let's go! Let's get it! Gold! Heute! Ich habe ein gutes Feeling! Es ist mein fünftes Opening, glaube ich, was ich heute aufnehme. Und ich glaube, es ist das fünfte oder vierte? I don't know. Auf jeden Fall hatten wir in einer Session in 20 Kisten zweimal der Fuel Injector im Battlescard, die ich übrigens beide gerade verkauft habe, für dieses Opening. Natürlich habe ich jetzt ein bisschen mehr noch im Balance, aber das geht fürs nächste drauf und dann sind wir auch schon wieder pleite. Ja, es ist ein teures Vergnügen, sagen wir so. Ein sehr teures Vergnügen. Deswegen... Ich bin sehr froh, wenn wir halt zügig weiterkommen, auch wenn die Kisten irgendwann unverhältnismäßig teuer werden und das out of my budget liegt. Aber noch... Noch ist okay. Ja, noch ist okay. Wieder... Das Ding... Immer ein FN. Sag mal, gibt es die Fuel Injector hier nur in Battlescard raus? Oder vielleicht well-worn? Oder im besten Fall viel testet? Oder... Also geht das nur im Trade-Up? Kannst du die Fuel Injector nur im Trade-Up in FN bekommen? Ich habe so das dumpfe Gefühl, ganz ehrlich. Knife! Bimmel, Bimmel, Knife! Ich habe wirklich... Oh mein Gott, wie frech. Ich habe alles gegeben. Ich habe richtig reingebimmelt. Ja, wenn wir jetzt im Chat, wenn wir jetzt im Streamen... Dann hätte ich das gesehen, ja... Da oben wäre der Chat und die hätten alle gebimmelt und da hätten wir Glück gehabt. Aber ich alleine habe nicht genug Kraft. Und... So wie Genki damals, so funktioniert das nicht. Weil niemand weiß, dass ich hier gerade öffne. Hm? Das ist belastend. Da war die Fuel Injector. Okay, pass auf. Wir matchen jetzt alle, dass... Es ist so ein bisschen abgespaced. Im Nachhinein, weil er mir viel Glück wünscht und Knife bimmelt. Ja? Deswegen kriege ich jetzt schon die positive Energie. Es ist quasi so... Reverse-Kredit. Was? I don't know. Auf jeden Fall, es funktioniert. Ja? Ich kriege diese positiven Vibes. Und wir werden hier... Daraus was ziehen. Ja? Ihr müsst einfach mir Glück wünschen. Unter diesem Video. Und dann werdet ihr selbst überrascht davon, dass es funktioniert hat. So funktioniert das. Ey... Ihr müsst gar nicht so gucken. Also ist halt echt so. Das Bulli dafür kommt. Und ihr seid der Grund. Das ist nicht mein Glück. Das ist euer Support. I'm ready. Komm schon. Ja, genau. Die positive Energie. Ich merke die Schwingungen. Die aus der Zukunft kommen. Das ist voll krass. Das ist wie ein Trip. Ein positiver. Mhm. Komm mal. Hm. Ist doch nix. Abschott. Irgendjemand hat da... Irgendjemand fehlt von euch. Ihr müsst da... Ihr müsst da zusammen ran. Ne? Nicht alleine. Das ist ne Teamarbeit. Komm schon. Weit. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ne. Irgendjemand... Irgendjemand macht hier Unsinn. Irgendjemand schreibt zwischen den Zeilen immer irgendwas Unsinn. Also ne. So funktioniert das nicht. Wie sollen wir das hier schaffen, wenn irgendjemand wieder mir Steine in den Weg legt, ja? Ihr müsst euch um die schwarzen Schafe kümmern. Hm. Letzten drei. Ihr habt noch ne kurze Chance, ja? Ich merke, ihr habt euch Mühe gegeben. Aber leider waren ein paar Leute dabei, die das Ganze... Naja, verunstaltet haben, sagen wir so. Und leider ist der negative Aspekt so hoch, dass wir hier das nicht ausgleichen können. Ach, seltsch. Letzter Key, letzte Kiste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne ein Like da. Würde mich sehr freuen. Abonnier den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Würde mich auch sehr freuen. Das war ne Katastrophe. Schwarze und Tiefling sind schuld. Ich wünsche euch was. Tschüss.